Heute werden Broxo und ich zum Panzerschütze, es wird richtig wild, also haut auf den Like und auf den Abo-Button und jetzt viel Spaß. Alter, Broxo. Alter, was machst du denn mit Panzergast? Junge, was geht ab? Du, ich wollte hier mal ein bisschen Panzerfahren üben. Ich seh dich, ey. Ich kann damit auch schießen. Wie du auch siehst. Wir sind heute mal nach langer Zeit mal nicht gegeneinander, sondern wirklich mal zusammen. Gegen die anderen gegenüber. Über der Brücke ist was passiert und die müssen wir mal auslöschen. Und dann können wir uns neue Panzer freischalten. Wollen wir mal hinfahren oder was? Ich würde sagen, lass es doch mal drück mal hinlösen. Okay, let's go, let's go. Oh, Angriff. Hier, Angriff. Hier, die Vorrat. Oh Gott. Ich seh's gerade, wir kriegen halt jedes Mal Münzen, wenn wir Sachen kaputt machen. Oh, ich hab auf dich geschossen aus Versehen. Da vorne ist ein Panzer, Kaspar. Okay, Angriff, komm. Kavallerie. Oh, mich wird geschossen. Oh, mich wird geschossen von hier. Achtung, Achtung, im Turm, im Turm. Oh, Alter. Bam. Den hat's ja komplett zerledert. Bam. Genau, du musst dich verschießen. Das ist doch ein Turm hier. Ja, ich mach. Ja, ich hab ihn. Okay, okay, okay. So, sehr schön, sehr schön. So, ich muss hier mal nachladen, so. Oh Gott, das ist noch jemand im Turm. Hä? Oh. Ich muss mir hier kurz Munition, ich hab mir kurz Munition geholt hier aus dem Lager. Dann hab ich mit ihm. Oh Gott, okay, 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 okay. Ich komm auch nicht. Ich komm auch nochmal ganz aus Munition. Ja. Und dann kann ich sogar schon anscheinend, glaub ich, gleich mal einen Panzer upgraden. Ich kann auch hier im Squad einmal sogar... Du kannst dir einen Sniper auswählen. Wie, wo geht das denn? Ach, Squad hier? Jetzt fährt neben mir so ein Sniper rum, glaub ich. Ich hab hier nur so einen Officer frei. Oh, der ist neben mir. Ja, auf jeden. Komm, Officer. Warte mal, vielleicht kann ich mir noch einen kaufen oder so. Ich hab hier schon 1700 Münzen. Pass auf. Ich werde mal ganz kurz meinen Panzer mal reloaden. Und dann kaufe ich mir jetzt mal einen neuen Panzer. Bist du bereit für meinen neuen Panzer? Ja, ich bin bereit, zeig mal her hier und... Mk2, das ist jetzt der hier. Okay, würde ich doch mal fast sagen. Hast du auch schon? Ich überlege gerade. Ja, der wird sich auch mal gegönnt. Gut, da ist das Ding. Nee. Ui. Okay, komm, ich würde sagen, wir gehen weiter. Uh. Okay, komm, Frogs, so. Okay, okay. Dann lass uns mal rüber gehen. Ich kann sogar mit dem hier auch weit schießen. Ich auch, ja. Oh, dein Turm, Kaspar. Oh Gott, schnell. Du kannst auch mit Kuh, wenn du Kuh drückst, kannst du auch zielen, ne? Genau, kann man so anvisieren. Das Ding ist... Ah, okay, wir können uns sogar die Bäume von dir kaputt machen. Warte mal, können wir auch hier die Häuser... Ach, die Häuser kannst du auch kaputt machen. Ja, genau, die Häuser kannst du auch kaputt machen. Und ich habe jetzt gleich die Türchen da vorne geholt. Ja. Ja, okay, ich habe quasi... Hab ich den Panzer auch kaputt gemacht? Ja, ich habe den Panzer auch kaputt gemacht. So, Kaspar, bist du hier bei mir? Ja, ja, ich mache hier gerade die Häuser kaputt. Oh, okay, es sind noch mehr. Ich komme mal zu dir. Und bam. Bam. Oh, die kleine Kiste. Okay, man kann... Okay, das Ding ist, wenn du halt auch die ganze Zeit raufschießt, du kriegst so viel Geld, ne? Oh, mein Gott. Ey, hier ist gerade einer hinter mir gespawnt. Ey, der schießt schon voll doll auf mich hier. Hier steht jemand. Den muss ich mir holen. Mann, den mache ich mal platt hier. Ich habe den Nullschmeister. Angriff. So, das war's mit dir. Hast du den geholt, der? Ey, weg da, den habe ich hier. Guck mal, den hier oben hat noch so eine Stadt... Was ist das denn? Hilfe! Oh, schnell, Boxo! Ich sehe es, ich sehe es. Nein. Ich habe keine Munition mehr. Und hinter uns sind welche. Ich greife ihn an, ich greife ihn an. Warte mal. Ich schieße auf die... Ich habe auch... Ich schieße auf die... Zack, 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 zack. Ich habe auch keine Muni mehr. Komm, 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 komm. Ja, okay, dann lasst schnell respawn. Okay, lasst schnell nachladen. Ja. So, ab nach hinten. Und wie viel Geld hast du jetzt gerade? 1.800, und du? Okay, ich kann mir... Ja, ich kann mir schon einen neuen Panzer kaufen. 2.200. Gerade so, ich habe jetzt noch 2 Dollar. Hier. Warte mal, ich mache hier noch kurz ein paar Sachen kaputt, dann habe ich vielleicht gleich genug. Joa. Ja, genau. Machen wir ruhig noch ein bisschen was in den Mund. Man kann sogar hier anscheinend so eine Squad-Crate... Also man kann dann... ...so Leute holen. Ach, das ist dann für 2.000. So, und gut. Ich hoffe, jetzt kann ich mir den auch holen. Joa, was kann man sich dann noch so holen? Also man kann sich... Oh, okay, warte, wir müssen den ganz kurz holen. Man kann sich halt so eine Squad-Crate kaufen. Ja. Wo man dann quasi gegen... Also mit anderen Leuten quasi noch mehr angreifen kann. So, bam. Ui. Bam. Alter, der schießt ja... Der schießt schon viel schnell. Alter. Und der hat auch schon voll viel Munition. Der hat 37 Schuss. Ja, meiner auch. Alter. Okay, Angriff. Angriff. Da vorne ist wieder einer. Komm, schnell. Attacke. 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 Oh, das gibt so Geld grad. Was? Alter, das ist... Oh Gott. Das gibt so Geld grad. Das gibt so Geld grad. Das hab ich grad gesehen. So. Wieder, komm, nächster. Oh, Alter, der ist ja nach einer Sekunde down. Bam. Alter. Alter, komm, nächster. Komm, wir rücken vor. Hier links, hier links, Soldat, schnell. So, der ist down. Dann noch wieder oben. Tag. Oh Gott. Ey, lass uns mal hier das Tor kaputt machen. Mal gucken, was wir da wo wieder hinkommen. Ich hab den Fass, ich hab den Fass. Welches Tor? Sehr schön. Hier vorn, hier ist so ein Tor. Okay, komm. Komm, ich muss ja frei bauen. Frei machen, so. Das wird auf jeden Fall, glaub ich, lange dauern, ne? Okay, warte mal. Ich hau schon mal. Das dauert bisschen. Oh nein, keine Muni mehr. Oh nein. Die Häuser ein bisschen kaputt. Nein, hast du noch Muni? Ich hab, ich weiß nicht. Also man kann, man kann woanders muni kaufen. Ey, ich hab das Tor schon halb kaputt, Brock, so. Komm ran. Ich komm jetzt. Es geht jetzt kaputt, jetzt. Und. Ja. Ja, durchbrechen. Oh Gott. Alter, der ist blockiert hier voll. So, rein in die Stadt, komm. Zack. Oh mein Gott, was kommt hier? Den holen wir uns. Den holen wir uns. So, den haben wir. Oh mein Gott. Oh Gott, Lager. Feindliche Lager hier. Box auf, was auf. Okay, mein Snipe war deswegen von wieder am Start hier. Okay, warte. Zack. Zack. Ey, ich bin schon halb tot. Oh nee, ne? Ich glaub, ich hab mich nicht mehr kaputt, ich krieg grad ganz viel Geld. Bam. Loli, hier ist noch so ein Geheimeingang. Warte mal, die mach ich mal kurz fertig hier. So, das war's. Ich hab ihn geholt, ich hab ihn noch sechs Positionen. Warte mal, ich kann ihn noch umfahren, glaub ich. Nein, der hat den Besuch. Ich hab ihn umgefahren. Ich muss echt nachladen. Box, ich muss nachladen. Ich überlebt das hier sonst nicht. Weg hier. Ja. Ich helfe dir, das war. Ich hab nachladen. Ja, das war so. Okay. Bist du jetzt hier bei uns, oder? Ja, ich bin wieder bei uns. Und ich überleg gerade. Ich kann mir jetzt nämlich noch mal einen neuen Squadmember kaufen. Guck mal hier. Ich glaube, ich werde mir jetzt einfach mal, ich glaub, ich werde mir jetzt hier einfach mal so noch einen Angestellten holen, der mir jetzt auf der Seite steht. Oh, hast du das bekommen? Oh, ich ziehe einen Minigunner. Ja, ich hab auch so einen, ich weiß gar nicht, ich hab jetzt zwei Leute neben mir und der bringt anscheinend acht DPS, also ich glaub, mehr Kills oder so. Okay, irgendwie so was. Ja, das bringt meiner auch. Der Andi-Meiner bringt sogar zwölf DPS. Okay. Ja, dann hast du einen richtig guten bekommen. Und ich glaube, hier bei deinen Quest steht noch, okay, ich muss noch ein paar mehr Soldaten holen. Ja. Dann kriegen wir auch wieder ordentlich Geld. Ich muss 40 Kisten zerstören, ja, das ist auch kein Problem. Das ist deine, das ist deine Mission. Mhm. Ja. Okay, versorg' das mal. Ich mach mal hier ganz ruhig die Soldaten kaputt. So, zack. Ein Soldat. Hier die Kisten. Erste, so. Noch ein Soldat. So, die hab' ich. Ich kann sogar, das ist gut, man kann einfach alles umfahren. Ey, Alter, den einen, den ich hier hab' mit der Minigun, der ist mega stark. Der schießt einfach von alleine so einen Panzer kaputt. Wie jetzt? Noll. Der macht die einfach alleine kaputt, der ist mega stark. Ich hab' einen Dollar bekommen. Wieso das denn? Für die Quest? Ja, dass ich jetzt alle Soldaten geholt hab'. Ach, lol. So, den hab' ich jetzt auch hier. Sehr gut. Ich mach' noch einmal Metzl hier. Oh Gott, ich geh' lieber hier auf die Kiste als auf den Panzer. Bam. Okay. Jawohl. Kommt, alles kaputt machen. Jo, hab' ich. Oh Gott, was sind das für ein Minigun-Team hier? Du musst doch so durch die Bäume und so fahren. Das gibt's auch noch nicht viel Geld. Ja, auf jeden, auf jeden. Seh' ich auch grad. Hier. So, zack, hier. Den hab' ich so. Oh, weg mit dir. Weg mit dir. Boots. Auch weg mit dir. Oh Gott, ich bin hier grad so gut am Start. So, pass' auf. Hier, und bam. Den da vorne schnapp' wir noch mal ganz kurz. Den da. Boah, ich brauch' jetzt echt mal ein paar Kisten hier. An seiner Minigun oder so. So. Der da oben. Oh, schon wieder keine Muni mehr. Nein. Komm schon. Hast du noch Muni? Wie viel Muni hast du noch? Ich hab' noch ein bisschen. Ich hab' noch ein bisschen. Okay, okay. Hier, die beiden Kisten nehm' ich auch noch mal mit. So. Den schnapp' ich auch noch mal ganz kurz. Jetzt zack, zack. Zweifel schießen. Dann haben wir auch eh sie geholt. Ey, das kriegt viel mehr, wenn du einfach die Muni kaputt machst. Oh, und den hab ich ja. Das ist richtig Geld, ne? Jaja, auf jeden, wenn du einfach die Muni kaputt machst. Wenn du einfach die Bäume und so kaputt machst, wenn du einfach dann durchfährst. Hier, oh Gott, was ist denn so? Hä? So. Oh, okay. Wie viel Geld hast du gerade? Oh, mal ganz kurz. Ah. Okay. Oh, oh Gott. Den hab' ich mir auch noch geholt. Okay. Wie viel? Oh Gott, ich muss zurück, ich muss zurück, Boxer. Ich brauch' hier, ich brauch' hier Cup. Ich brauch' hier Cup. Ich brauch' hier Cup. Ich brauch' hier Cup. Verdammt, ich muss auch zurück. Okay, schnell komm, zurück in die Base, zurück in die Base. Okay. So, dann, ich hab' jetzt... Oh, ich hab' 10.000 Dollar. Wie, du hast direkt 10.000? Ich hab' jetzt gerade 10.000 Dollar. Okay, ich weiß nicht, was sich lohnt. Ja? Upgraden den Panzer, meinst du? Ich kann meinen Panzer einmal upgraden und dann könnte ich ihn noch mal theoretisch upgraden. Aber du kannst auch größere Munition kaufen, ne? Und auch Boosts kannst du auch kaufen. Wo, 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 wo? Bei, du geh mal hier zum Shop und dann kannst du wohl den Panzer kaufen. Dann kannst du oben auch Rüstung kaufen, ne? Und, äh, Munition. Hier. Ah. 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 Okay, okay. Ich glaube, mach' ich... Ja, ich glaube, ich kaufe mir einen neuen Panzer, Brock, so. Hier. Guck dir mal den jetzt an. Ich hab' so'n ganz kleinen. Ich hab' auch den, guck mal. Ah, den hast du auch. Cool. Ja. Cool. Und ich kaufe hier mal ganz kurz hier ein besseres Squat. Ja. Ja, schon sollte ich auch mal die oben an. Und... Was ziehst du? Oh, ich hab' einen Officer bekommen. Oh, Mann. Und ich ziehe einen... Oh, was ziehe ich jetzt noch hier? Oh, ich auch. Aber der ist selten. Ich hab' nochmal einen Officer bekommen. Das ist doch unglaublich. Ich krieg' zwei Officer. Der ist doch selten, oder nicht, der Officer? Der Officer ist nicht so gut. Nee, der ist... Ach, Mann. Ich kann mir den... Oh, das war... Ach, toll. Ach, Mann. Okay, okay, komm. Ich hab' alle nur 8 DPS. Okay, ich muss den leider verkaufen, weil ich hab' keinen Platz mehr für den. So. Ich geh' wieder los hier. Angriff! Warte mal. Ich seh' gerade, das ist der kleine Panzer, den wir gekauft haben. Der hat nur so ganz wenig Schaden. Äh, nur ganz wenig Munition. Der hat ja richtig wenig Munition. Ich seh' auch gerade. Das ist ja voll blöd. Was ist das denn? Was soll das denn da mal? Ja, du kannst nicht Schaden machst du pro Schuss, sozusagen. Vorher haben wir 37 nur gemacht. Boom! Okay, man braucht also nur zwei Schüsse. Aber es ist trotzdem doof, dass er nur so wenig hat, ne? Ich glaub', ich rüste gleich mal auf und werde einfach mal auf ganz entspannt mir einfach so'n Upgrade holen, dass ich mehr Munition habe. Das kann man natürlich noch bringen. Das wär' nicht schlecht, ne? Aber ich hab's grad schon gemacht, also... Das heißt, meine Leute bringen sogar ganz viel, glaub' ich. So, hier, komm. Ich muss einmal durchfahren. Durch, alle durchfahren! Yeah! Das Haus ist im Weg! Und noch plack machen! Bam! Ja, die alle platt! Okay, sehr schön. So, komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vorne sind noch ein paar. Ich brauch' euch mal ein paar Kisten. Ich dachte, da sind wieder welche. Sehr schön, hier. Die werden kaputt gemacht. Gut. Und, ey, ich geh jetzt hier nur noch für die Kisten. So, umfahren hier den Typen. Umfahren. Ey, das macht so viel Spaß, ne? Ich sag's dir. Boah, Alter, hier der Hof einfach wieder, ne? Zack, komm. Oh mein Gott. So. Zwei Schuss hab' ich noch. Oh Gott, ich fahr' die grad so alle platt hier, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Komm, 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 komm. Ich fahr' die so alle platt. So, komm. Ey, der hält auch voll viel neben ihm aus. Ich hab' keine Munition mehr. Ich hab' keine Munition mehr. Oh, ich hab' so'n Nitro, ne? Ich hab' so'n Nitro-Boost. Wo hast du den denn her? Den hatt' ich mir mal geholt irgendwann. Ich weiß auch nicht mehr wann. Hier. Okay, jetzt einmal ganz kurz reloaden. Ey, der ist ja mega stark. Dann stamm' ich mit einem neuen Panzer. Ich find' den jetzt nicht so cool. Nee, der ist nicht so krass. Aber was kostet denn der? Ich seh grad' ich hab' 16.000! Warum machst du so viel? Weiß ich auch nicht. Vielleicht hab' ich die Quest jetzt fertig? Ich guck' mal. Warte mal, ich brauch' auf jeden Fall, ähm, noch ein bisschen mehr Geld. Ich brauch' halt 6.000, ne? 6.000, ja. Das ist halt das Ding. Ah, okay, ich hab' die Quest fertig, deswegen. 400 oder so. So. Okay. Ich würd' sagen, ich hol' mir mal neun Panzer hier. Wow! Und der hat auch wieder 20 Schuss im Magazin. Sehr gut. Warte mal, ich kenn' den hier rein theoretisch auch. Wow! Oh mein Gott! Wie ich den umfeier. Warte mal. So. Ich hab' 6.000, ich hol' mal neun Panzer. Machst du das auch? Ja, ich hab' mir sogar schon noch mal einen neuen geholt. Der macht 90 Damage. Wie, du hast noch mal weitergeholt? Ja, ich hab' noch einen weitergeholt für 10.000. Das ist ein P-70? Ja. Alter! Für 90.000, ich sag's dir. Und der macht sogar, der hat sogar 40 Schuss im Magazin von alleine. Und macht auch einfach 90 Damage. Wow! Obwohl meiner ist auch ganz schön heftig, ne? Mal gucken, wie schnell ich jetzt so'n Panzer runter mach' hier. Bam! Okay! Oh Gott, ja. Den haben wir in der Fall ganz schnell geholt. Den noch, zack! Oh Gott! Oh Gott! Wie geht die gar da los? Alter, ich muss auf jeden Fall noch die Kisten mitnehmen. Die Kisten. Ich muss hier ein paar Soldaten holen. Hast du die Quest mit den Kisten? Ne, ne. Ich hab' aber wieder, dass ich Soldaten holen. Was hast du für eine Quest? Soldaten. Okay, okay. Hier, dich fahr' ich mal platt. Nee! Aus dem Weg hier! Aus dem Weg! Ey, zwei Schuss brauch' ich für'n Soldaten. Das brauchst du? Zwei Schuss nur für so'n Soldaten. Dann hab' ich den. Komm, schieß' mal mit aufs Tor hier. Komm! Ich brauch' nur einen Schuss. Ich brauch' nur einen Schuss? Ja, ich bin Profi. Alter, ich brauch' zwei Schuss. So, Abba! Durch geht's! Oh mein Gott! Sehr schön, sehr schön. Okay, ich brauch' die Soldaten. Können wir auch die... Oh mein Gott! Nee, okay. Es geht nicht. Hier. Ey! Der spawnt hier direkt vor meinen Augen. Hier! Vorsicht! Der schießt auf dich! Ah! Ich rette dich! Ich hab' ihn, ich hab' ihn. Oh mein Gott! Feindlicher Panzer! Roxo, pass auf! Du bist fast tot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Den hab' ich! Umfahren! Ich hab' ihn umgefahren! Ey! Ich halte richtig viel aus! Oh mein Gott! Umfahren! Die Kisten kann ja auch mitnehmen! So! Die ist die alle hole! Die ist die alle hole! Ich brauch' jetzt mal ein paar Mal umfahren hier! Jawohl! Hab' ich auch noch geholt hier! Die muss ich auch noch holen! Ich brauch' auf jeden Fall noch ein bisschen! Oh Gott! Ich krieg' auf jeden Fall grad wieder ein bisschen mehr Leben! Ey! Hier spawnt ein Panzer direkt wieder! Oh mein Gott! Der ist so schnell da! Oh mein Gott! Ist hier vorne noch irgendwo einer? Das Ding ist, denkt an die Kisten, ne? Wenn man die Kisten holt, gibt's auch so viel Geld, ne? Oh Gott! Hier sind wieder neue gespawnt! Ich zieh' durch! Jawohl! Ich geh' ein bisschen zurück! Da sind auch wieder welche in den Tauern! Ich muss auch ein bisschen zurück hier wieder! Gut! Die fahr' ich mal hier kurz! So! Die fahr' ich mal rüber hier! Der Panzer! Ich sag's dir! Hier! Den hier kommen! Das war's mit dir mein Lieber! Okay! Den hab' ich auch jetzt wieder gut, glaub' ich! Das war glaub' ich gegen meine Kappe! Ne, 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 ne! So! Ich glaub' ich sollte mir gleich mal upgraden! Ich weiß noch nicht genau, was der nächste Panzer kostet, ne? Oh Gott! Okay! Da vorne ist auch wieder einer! Hier! Das war's auch mit dir! Und BAM! Jawohl! Ich hab' keine Munition mehr! Ich hab' keine Munition mehr! Ich hab' die ganze Zeit schon keine Munition mehr! Ich zieh' trotzdem durch! Okay! Okay! Warte mal! Jetzt hab' ich aber einen Panzer vor mir! Okay! Ich muss auch noch ganz kurz reloaden! So! Ich hab' jetzt geloaden! Oh Gott! Oh Gott! Die hab' ich! Die hab' ich! Ich glaub' ich sollte mir gleich nochmal einen neuen Angestellten holen! Vielleicht zieh' ich jemand richtig! Man hat auch Perks! Wie du hast Perks! Achso! Nitro! Okay! Das hab' ich! Okay! Dann kann man einen Rebirth für so'n Reperkit! Okay! Okay! Ich komm' auch mal nach Hause! So! Wie viel Geld hast du gerade? Äh! Ich muss jetzt fünf Häuser zerstören! Also ich hab' jetzt gerade 1.000! Oh! Hast du jetzt auch schon einen guten Panzer eigentlich? Boom! Den krasser 40 Schuss? Ich brauch' mir einen upgrade nochmal! So! Jetzt muss ich die Häuser zerstören! Oh! Ich hab' jemand selten gezogen! Wie? Du hast ihn selten gezogen! Bei dem deinem Squad! Was? RPG 18 DPS! Oh mein Gott! Jaaaa! Du bist so'n Lacker! Jaaaa! Du bist so'n Lacker! Oh mein Gott! Ohne Spaß! Das ist das Beste vor dem Humvee! So! Ich hab' jetzt fast alle Häuser durchgestört! Und? Was wird's? Vorne! Nein! Der blöde Officer! Komm! Der muss sich schnappen! Der bringt nichts! Jawohl! Ein paar Leute noch hier holen! Auf sie! Ja das muss ich auch mal ein paar Leute holen noch! Was hast du grad für eine Mission? Auf sie! Und da hab ich grad grad... Hab ich wieder ein bisschen mehr Geld bekommen? Was heißt das gar nicht? So! Ja! Ich hab' die Mission erledigt! So! Was ist denn meine nächste Quest? Ja! Ich hab' jetzt auch wieder erledigt! Das heißt ich wiederhole ganz kurz! Und dann... Was hab' ich jetzt hier? Meine nächste Quest wäre... Ich guck' auch mal! Na! Sechs Häuser zerstören! Fünfundwünzig Bäume! Oh mein Gott! Dafür krieg' ich fast zehntausend! Sehneinhalbtausend! Pass auf! Ich kaufe jetzt auch noch mal ganz kurz! Und kaufen! Was kriegst du? Ich hab' das seltenste! Den Hammer! Nein! Oh mein Gott! Nein! Jawohl! Kann nicht sein! Sag mal! Jawohl! Als denn den Hammer ziehst! Der hat 24 DPS! Alter! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Ich muss noch mal meinen Glück versuchen! Kommt noch mal! Und noch ein Sniper! Na gut! Ey warte mal! Wenn du so viel Glück hast, ich muss auch noch mal kurz drüber fahren! Dann guck' ich hoffe ich mir auch noch mal kurz ein! Ich muss den ganz kurz verkaufen! So! Verkaufen! Haben wir! Ach man! Ey! So'n Schützen! Ach man! Ich hab' auch wieder so'n Schützen bekommen! Mal gucken! Was kann der jetzt? Was kann überhaupt der Schütze? Der kann gar nichts! Der hat übel wenig DPS! Nur 10 DPS! Ja stimmt! Der kann echt nicht so viel! Na gut! Dann gehts auf jeden Fall weiter! Ich muss jetzt 6 Feuer zerstören! Ja ich muss Bäume zerstören! 40 Stück! Das dauert natürlich ein bisschen! Ja das dauert auf jeden Fall! Hast du recht! Das dauert ein bisschen! Oh Gott! So! Aus dem Weg! Ganz schön viel los hier gerade! Ey! Sag' mal! Okay! Ey! Mein Hammer ist so gut! Ich weiß jetzt OP! Das ist einfach das stärkste Ding was man ziehen kann! Und du ziehst ihn! Mein Hammer ist so gut unterwegs! Auf ihn! Aus dem Weg jetzt hier! Oh Gott! So! Wie dann brauchst du für so'n Panzer? Wie dann brauchst du für so'n Panzer? Wie dann brauchst du für so'n Panzer? Bis du den zerstört hast? Oh! Ein bisschen! Die sind eigentlich relativ schnell weg! Muss ich sagen! So! Sehr schön! Okay! Oh Gott! Ja! Ja! Das passt! Das passt! Die Panzer gehen mit meinem Hammer halt auch noch so schnell drauf ne! Das ist so unnormal! Also ich brauch für so'n Panzer für so'n feindlichen brauche ich schon noch so'n paar Schuss ne! Schon so viel für'n Schuss brauche ich noch! Bam! Den Baum habe ich auch! Ich werde mal wieder den Boost aktivieren! Den kann ich noch gar nicht! Okay! Hier! Den Baum! Den Baum! Ich weiß gar nicht wie viel ich noch umstürzen muss jetzt! Hier! So! So! Und der! Das war's auch mit dir! Sehr schön! Bam! Alter! Ich bin so gut unterwegs! Das kannst du dir nicht vorstellen! Das Nitro war ja richtig lang! Ich kann dir das Nitro nur empfehlen! Dann bist du richtig schnell für ne kurze Zeit! Ja! Nitro habe ich! Das hast du auch schon! Sehr schön! Sehr schön! Aber benutze ich doch gar nicht! Ich bin hier auf zwei Rädern gefahren gerade! Nee! Nee! Oh! Hinterm ist ein Panzer! Den muss ich holen! Kann man haben wir den? Holen! Okay! Mal haben wir's respawn! Boom! 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 So hole ich! Hey! Ich will hier raus! Ich will hier raus! Wieso wieso! ich bin hier eingekerkert in der stadt so ich erst mal tor kaputt gemacht hier so ich muss noch mehr häuser kaputt machen häuser ist das deine mission oh gott ich mach hier mal ein paar bäume kaputt hier stehen ja noch einige sachen ne ne sag mal ich hänge gerade fest wenn ich die häuser fertig hab dann hol ich direkt wieder eine munition hier bam ich hab ein haus brauch ich noch ich weiß gar nicht wo sieht man sieht man jetzt gerade wie viel man noch braucht so ich weiß gar nicht jetzt habe ich wieder eine neue quest und da muss ich 55 bäume oh gott was kriegst du dafür 8000 9000 9000 sachen gar nicht verkehrt mein panzer upgraden das kostet 16.000 ok so hierüber er hat noch 120 dämpfer spart mal ganz kurz also ich glaube ich sag mal so den neuen panzer box so ich glaube den gönne ich mir mal für 16.000 für 16.000 holst du den jetzt ja ich glaube ja so heftig ich sag mal muss man ich hab ich werde mir einfach mal holen 120 dämpfer so das ding ist drin ich habe eine neue welt freigeschaltet wie das ich hab jetzt den winterkampf oh mein gott das heißt du musst den auch gleich holen und dann können wir zusammen in die winterwelt gehen oh das klingt echt heftig das machen wir oh mein gott da gibt es eine neue stadt wie viel geld hast du gerade ich bin mir fehlen noch 2000 da kann ich mir quasi vielleicht kann ich mir auch vielleicht kann ich mir auch hier nochmal ein cooles upgrade holen und ich kann ja ich hänge fest doch und attacke 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 oh mein gott ich die bäume alle umfahren ja gut die bäume umzufahren ist halt so entspannt ich sag dir was ist denn meine mission gerade 20 soldaten holen so ich bin auch noch mal ganz kurz das war's mit dir du wirst drauf gehen so das waren schon mal zwei dann jetzt den hier habe ich sehr schön drei ich muss noch mal ganz kurz da vorne ja das haus muss eigentlich nur die ganze bäume umfahren so den habe ich ach so ja gut dann mach doch das hier den habe ich auch aber ich habe sogar schon 18.000 das heißt ich kann mir jetzt den panzer leisten ich gehe jetzt gleich zurück weil die munition leer ist ja ja mach mal und dann geht es richtig rammazamba ab hier den den habe ich beide da bist du ja alter ich klaue dir die bäume bäume muss auch noch bäume ne ne ich brauche soldaten aber oh gott hier sind ja wieder richtig gespawnt sag mal guck dich doch mal um der schießt die ganze zeit auf dich ich rette dich hier vor dem ich habe doch voll leben was los im starken panzer ja aber trotzdem musst du trotzdem nicht auf dich schießen lassen meine panzer hat stark ja meine auch so ich glaube ich fahr jetzt hier schon wieder zurück hier ja lassen wir machen so zack okay wir sind wieder auf der sicheren insel und und jetzt pass auf mal gucken also ich habe fast die 552 geholt und ich kann jetzt quasi erstmal muss ich ganz kurz das ding reloaden und dann kaufe ich mir mal den neuen panzer ich habe gerade mit 19.000 und der kostet 16.000 und jetzt komm mit ja wir müssen hier hin und jetzt gehen wir da hin hier ok und go oh mein gott ey wir sind einfach in der winterwelt angekommen freunde wenn ihr dies auch noch sehen wollt dann lasst auf jeden Fall gerne ein like und ein abo da tut mir gefallen schaut noch gerne eins von meinen videos aus schreibt sie in die kommentare wir sehen uns im nächsten video bis dahin und ciao ciao